Du willst ein paar Tipps wissen zum richtig sicheren Campen, damit nichts passieren kann? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zu diesem Video. Ich habe wieder ein paar Tipps zusammengetragen, um es beim Camping sicher zu haben, damit nichts passieren kann. Im Rahmen der Möglichkeiten natürlich. Und ich lege jetzt gleich mal los. Wenn ihr hier neu seid auf dem Kanal und noch nicht abonniert habt, dann macht es doch gerne. Es ist kostenlos und sobald ein neues Video kommt, was unter anderem viel ums Camping geht, dann habt ihr gleich immer die Info parat und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann auch eine kleine Pop-Up-Meldung, wenn ihr das möchtet. Und seid dann immer informiert, wenn ein neues Video kommt. Aber jetzt geht's los. Als erstes ist die richtige Kabeldrommel oder das richtige Kabel das Wichtige. Viele wissen es nicht, dass es eigentlich eine Regelung gibt, bei der definiert ist, was es für ein Kabel sein muss auf einem Campingplatz. Viele Campingplätze kontrollieren das gar nicht. Also in den seltensten Fällen habe ich das mitbekommen, dass darauf geachtet wird. Ich blende es euch mal ein, wie die sich nennt, könnt ihr euch darüber informieren. Auf jeden Fall gibt es da eine genaue Definition, wie so ein Kabel sein muss. Zum Beispiel muss es einen Durchmesser von 2,5 haben, weil sonst ein kleineres, dünneres Kabel sich zu schnell erhitzen kann. Dasselbe Problem hat man dann zum Beispiel, oder vor allem das Problem hat man dann auch, wenn man das Kabel zusammengerollt auf den Boden legt oder halt auf der Kabeltrommel noch aufgerollt hat. Dadurch kann dann Hitze entstehen, das kann dann verschmoren, dann kann es verbrennen, dann wissen wir, was dann noch alles passieren kann. Und das will man natürlich vermeiden. Man sieht auch immer wieder diese zusammengesteckten Kabel, die mit irgendeinem Buffon verschlossen sind. Entschuldigt meinen Ausdrucksweis, aber mit so einem, weiß ich nicht wie man das nennt, so einem Kästchen, damit kein Wasser reinkommt, was natürlich, wenn Hochwasser ist, dann auch nicht wirklich weiterhilft. Oder in Tüten, habe ich auch schon alles gesehen. Am besten ist wirklich, ein durchgängiges Kabel zu haben und sich möglichst so zu stellen, dass man nicht einstückeln muss. Das, was ja dann auch manchmal ein Problem ist, das Kabel sollte maximal nur eine Länge von 25 Metern haben. Ich hatte früher auch eins, was größer war, was noch von früher war. Das hatte ich immer dabei, bis ich dann von dieser Regelung erfahren habe. Da habe ich mich dann auch damit beschäftigt, dass nämlich so ein Kabel auch zum Beispiel kein Metallgehäuse haben soll, sondern eher ein Plastikgehäuse, damit da nichts passieren kann mit Stromschlag. Und habe lange gesucht. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Ist auch unter den meisten meiner Videos unten drunter verlinkt, dieses Kabel, was ich jetzt habe, was eigentlich der Norm entspricht und somit auch sicher auf dem Campingplatz benutzt werden kann. Da ist auch so ein FI, so ein Schutzschalter drinne und somit kann da eigentlich nichts passieren. Ich habe am Anfang immer noch beide Kabelrollen mitgenommen, um zu gucken, nicht, dass mir die eine rausspringt, während die andere ihren Dienst erfüllen würde. Aber es war unbegründet. Die neue Kabeltrommel hat bisher immer ihr Soll erfüllt. Also schaut euch das wie gesagt mal an. Ich blende euch hier ein, wie es sich nennt. Und dann achtet darauf, was ihr für eine Kabeltrommel kauft oder für ein Kabel. Dann ist es wichtig, eine Herdplatte von guter Qualität zu haben. Das kommt jetzt darauf an, mit was ihr gerne kochen wollt. Also wollt ihr einen Gaskocher haben, wollt ihr Zeranfeld haben, also Glaskeramik oder mit was auch immer ihr eben kochen wollt. Gerade bei Glaskeramik müsst ihr aufpassen. Schaut immer in die Bewertungen, lest es nach. Oftmals explodieren die. Ich habe auch noch einen recht alten Glaskeramikkocher. Was heißt recht alten? Ich habe ein qualitativ sehr gutes Glaskeramikfeld. Habe mich aber auch schon mal erkundigt nach neuen, falls mit meinem Mal was ist. Und da habe ich doch festgestellt, dass sehr, sehr viele Bewertungen eben in Negativ sind. Dass die sehr schnell explodieren. Also da müsst ihr wirklich aufpassen und dann tatsächlich lieber mehr Geld in die Hand nehmen und was qualitativ Hochwertiges haben, statt eben am Preis zu sparen. Und dann gerade im Zelt, ich meine im Wohnwagen ist es auch nicht gerade besser, aber gerade im Zelt, dass dann so ein Ding explodiert und überall Glas ist, wissen wir selber, dass das nicht gerade der sinnvollste Weg oder die sinnvollste Variante ist. Von daher kann ich euch empfehlen, erkundigt euch da gut oder nehmt halt doch ein Elektrofeld oder eben einen Gaskocher, wenn ihr noch eine Gaskartusche habt. Es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten und deswegen erkundigt euch gut, lest die Bewertungen und entscheidet dann. Wenn ihr euch einen Küchenschrank kaufen wollt, so wie wir einen haben, dann achtet darauf, dass das Ding auch gut steht. Wir hatten ja das eine, das war eher so ein Kleiderschrank und der hat immer sehr gewackelt, was immer ein bisschen kritisch war. Der war nicht richtig stabil, hat nicht gut gestanden und hätte auch recht leicht zusammenklappen können. Wenn da dann der schwere Kocher draufsteht und mit einem heißen Topf voller Nudelwasser auf den Boden kippt, ja, ohne Worte, muss nicht sein, will man nicht haben. Und deswegen wäre es dann halt wichtig, dass ihr auf einen Schrank achtet oder einen Küchenzeilenschrank achtet, der halt wirklich stabil ist. Wir haben ja dann unsere Campingküche gekauft, verlinke ich euch hier oben. Da seht ihr dann auch, dass sie von der Aufmachung her ganz anders ist. Die hat vier stabile Beine, die ist nochmal verstrebt, die hat nochmal richtige Winkel, die das richtig stabilisiert. Die steht richtig gut wie eine Eins und da müsst ihr schon darauf achten. Auch, dass die Arbeitsplatte nicht zu lavet ist. Also bei meiner ist das noch okay, aber weniger dürfte sie auch nicht sein, damit es auch ein bisschen was aushält, wenn man halt schneidet oder was hackt, dass die nicht gleich irgendwie beim nächsten Moment durchbricht, rausbricht oder wie auch immer. Also, dass er da wirklich was Stabiles holt. Ich weiß, man will es immer nicht hören, man will auch immer Geld sparen. Ich bin da ja selber nicht anders, gebe ich ehrlich zu. Aber wenn man sich sowas anschafft, habe ich erfahrungsgemäß doch viel gelernt und gemerkt, dass wer billig kauft, kauft zweimal einfach wirklich ein richtiger Spruch ist. Also dann lieber einmal richtig kaufen und mal ein bisschen mehr Geld ausgeben und was qualitativ Hochwertiges haben. Damit da eben gerade beim Kochen nichts passieren kann. Strom kochen sind so die wichtigsten Punkte, wo man darauf achten soll. Und was macht man natürlich nach dem Kochen? Man isst. Wo isst man? Am Tisch. Wir hatten anfangs noch so einen alten DDR-Tisch, der unten so gebogene Beine hatte. Und wenn der am Hang stand, dann kippelte der halt auch entsprechend so hin und her. Oder wenn man andersrum am Hang stand, stand er halt schräg. Also das war immer sehr schwierig, den auszurichten. Wir haben uns ja dann diesen Tisch hier gekauft. Da hat man vier individuell einstellbare Füße, was echt super ist, weil man egal wie der Boden ist, diesen Tisch einfach Waage bekommt, ohne viel Tamtam. Also selbst wenn man die Wasserwaage noch drauflegen will oder macht es nach Gefühl, ich mache es manchmal auch mit dem Glas, stelle ein Glas drauf. Ja, weil man da einfach wirklich die Beine so stellen kann, wie der Boden ist und dass da halt eben nichts passiert. Worauf ihr da noch achten könntet, ist, dass die Beine wirklich stabil sind. Ich hatte ja mal mir zuerst einen Tisch bestellt, kann ich euch auch mal hier oben verlinken. Der hat in sich so gewackelt und gequietscht und stand instabil, weil da keine Verstrebungen drin waren. Was bei unserem jetzt allerdings ist, dass das sinnvoll ist, das halt eben so zu kaufen. Aber da müsst ihr auch wiederum aufpassen. Bei unserem Tisch zum Beispiel hat man halt an zwei Seiten, kann man sich ganz normal dran setzen. Und an den anderen zwei Seiten sind diese Kreuzverstrebungen. Da kann man halt recht schwer sitzen. Die kleine, bei der geht das, das stört nicht wegen der Beine zum Beispiel. Aber das wäre zum Beispiel ein Problem, wenn man zu viert sitzen will. Also wenn man da wiederum mit mehr Personen unterwegs ist, macht es Sinn, eher einen Tisch zu kaufen, der richtig schön stabile Füße hat, aber ohne Verstrebungen, dass man auch ordentlich drunter sitzen kann, damit eben beim Aufstehen und Hinsetzen nichts umfallen kann. Dann gibt es natürlich nicht nur die warmen Tage beim Camping, sondern auch die kalten. Und gerade beim Zelt habe ich gemerkt, wie man doch das Zelt heizen kann und doch schön muckelig warm bekommt mit einem Heizstrahler. Wir haben dazu so einen Elektroheizer genommen. Der hatte auch einen Kippschalter, das heißt, wenn der umgefallen ist, ist er automatisch ausgegangen. Man konnte den auch einstellen mit Thermostat, was auch sehr praktisch war, weil eine gewisse Grundwärme dann immer da war. Und wenn es halt so warm war, hat er automatisch abgeschaltet. Beim Wohnwagen ist es natürlich dann wieder was anderes, weil da hat man ja die integrierte Heizung. Beim Zelt ist es wieder so, würde ich eher nicht mit Gas heizen. Gerade bei diesen Plastikzelten, ob die Belüftung dann so gegeben ist, dass da das Gas wirklich sicher ist, wage ich tatsächlich ein wenig zu bezweifeln. Ich würde es mir nicht getrauen. Wenn ihr da andere Erfahrungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Da würde ich euch wirklich eher den Elektroheizer empfehlen und vielleicht auch mit der Zeitschaltung oder halt vor allem mit diesem Kippschalter, falls da was ist, dass dann sofort das Gerät ausschaltet, damit nichts passieren kann. Große Gefahr sind auch Stolperfallen, wenn Kabel rumliegen, wenn irgendwelche Spielsachen oder andere Gegenstände im Weg rumliegen. Wichtig ist, das A und O erstmal Ordnung zu halten. Ich weiß, das ist beim Camping nicht immer leicht, aber ich hatte mich ja damals auch sehr gut organisiert im Zelt, damit da eben keine großen Stolperfallen entstehen können. Ich habe auch das Kabel immer unter die Schlafkabine gelegt und am Rand lang geführt, unter dem Zellteppich, damit da eben keine Stolperkante entsteht. Das hat immer ganz gut geklappt. Ja, ich weiß, es ist manchmal nicht leicht, gerade bei Spielzeug oder mit kleinen Kindern, dass man da keine Stolperfallen hat, aber gerade im Dunkeln auch oder abends sollte man doch schon aufpassen, dass dann so eine gewisse Grundordnung herrscht, damit da eben nichts passieren kann. Auch im Wohnwagen ist das wieder was anderes, weil da ja man mehr Licht hat als im Zelt und es ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich zwischen Zelt und Wohnwagen da Vorschläge zu bringen. Aber im Wohnwagen ist auch eine gewisse Grundordnung sinnvoll, weil auch da kann es Stolperfallen geben. Gerade wenn man auch einsteigt in den Wohnwagen, auch auf eine ordentliche Fußbank achten. Wir haben zum Beispiel ja so einen Teppich drunter. Wir hatten vorher eine Plastifußbank, die ist immer weggerutscht, die hat er nicht gehalten. Jetzt haben wir eine richtige massive Stahlfußbank und haben dort unten Gumminuppen dran und somit rutscht das eben nicht mehr weg. Also da auch beim Einstieg aufpassen. Auch wenn ihr Probleme habt beim Einsteigen und habt jetzt ein Zelt, dann schaut, dass ihr einen ebenerden Eingang habt. Ich hatte ja ein Zelt mit so ungefähr so einer Höhe an Eintritt, eben für den Wasserrand. Aber wenn euch das zum Beispiel schwerfällt oder das bei euch nicht geht, dann schaut, dass ihr was habt, wo man da gibt es Reißverschlüsse, wo man es runterklappen kann, damit das ebenerlich ist, gibt es auch. Müsst ihr mal schauen, da beim Zeltkauf. Gerade mit Kindern ist es das Idealste, im Zelt oder im Wohnwagen eine Spielecke einzurichten. Die Spielecke haben wir im Wohnwagen immer entweder auf dem Bett oder in einer Ecke von der Sitzecke. Das funktionierte bisher ganz gut. Im Zelt hatte ich immer meine Schränke ja auf solche Tische gestellt und drunter waren die Spielsachen und eine Ecke war frei. Da waren dann immer die Spielsachen und die Spielecke meiner Tochter, wenn gerade schlechtes Wetter war und wir waren halt drin, sodass das immer in einem gewissen Rahmen ist. Gerade, dass es nicht unbedingt vor der Küche ist, sondern ein bisschen weiter weg, nicht vom Eingang, sondern an der anderen Ecke. Also so hatte ich das immer aufgeteilt, dass man eben doch mal schnell rein und raus kann und dass gerade im Küchenkreis darum nichts passieren kann. Zur Sicherheit beim Camping gehört natürlich auch, dass man nicht krank wird. Also nicht nur die Unfallgefahr, sondern auch die Erkältungsgefahr. Gerade bei kälteren Temperaturen ist es natürlich der Fall, dass das passieren kann. Von daher hatten wir immer für meine Tochter einen Schlafsack und noch eine extra Decke. Wir hatten solche Kissen, die kann man so zuziehen und die haben wir immer noch. Die sind jetzt unsere Decken im Wohnwagen. Und die kann man so zuziehen und da hat man halt ein Kissen und wenn man es aufmacht, kann man es ausfalten und man hat eine große Decke. Die haben wir auch beim Zelten immer mitgehabt und wenn es frisch wurde, wurde über den Schlafsack noch diese Decke gelegt und das hat eigentlich optimal ausgereicht. Ihr müsst aber auch achten, auf was ihr schlaft. Wenn ihr auf einer Isomatte schlaft, die einen großen, hohen R-Wert hat, also das heißt, die gut die Kälte isoliert und Wärme bietet, dann ist das schon völlig in Ordnung. Wir hatten ein hohes Luftbett, wo die Luft innen drinnen natürlich kalt wurde, auch in der Nacht und somit auch der Rücken dann kalt wurde. Das hat man gemerkt. Dann hatte ich ja irgendwann, verlinke ich euch hier, diese Isomatte gekauft, die ich dann immer da drüber gelegt habe. Hat super funktioniert. Wir haben muckelig warm geschlafen. Kann ich top empfehlen, was auch noch ein guter Tipp ist. Und das habe ich auch schon mal beim Zelten für Kälte gesagt, bei dem Video zu Zelten bei Kälte, immer eine Mütze am besten aufsetzen, wenn es frische Nächte sind. Weil die meiste Körperwärme geht eben über dem Kopf weg und das ist eben schlecht, weil dann fängt man schneller an zu frieren. Und ergo tut man sich natürlich auch schneller erkälten. Somit immer darauf achten, dass man schön warm ist. Es gibt ja diesen Tipp mit der Wärmflasche. Habe jetzt auch schon Rückmeldung von euch bekommen, dass es den einen oder anderen auch passiert ist, dass die geplatzt ist und dieses kochende heiße Wasser dann im Schlafsack war und das Kind verbrüht hat. Das ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Alternativ würde ja noch ein Kirschkernkissen gehen, aber man hat ja keine Mikrowelle im Zelt. Also von daher, ich habe immer nie kochendes Wasser bei der Wärmflasche genommen, sondern ich habe das Wasser einfach richtig heiß gedreht und habe dann das eingefüllt und halt so das genommen, damit es einfach warm ist und nicht heiß. Also nicht kochendes Wasser aus dem Wasserkocher würde ich euch nicht empfehlen. Ist zu gefährlich. Dann das Thema Gewitter. Das hatte ich schon mal in diesem Video hier angeschnitten, wo es um das Zelten bei Regen ging. Ja, das ist auch so ein schwieriges Ding normalerweise und die sicherste Variante ist, einfach ins Auto zu gehen. Ich weiß, dass das aber nicht immer zwingend notwendig ist. Manchmal schläft man tief und das Gewitter kommt in der Nacht. Das Kind kriegt gar nichts mit. Du willst es nicht wecken. Also was machst du? Bleibst auf der Luftmatratze liegen. Haben wir auch schon gemacht und es ist, Gott sei Dank, nichts passiert. Es ist natürlich nicht ungefährlich. Das ist mir durchaus bewusst. Aber auf so einem Campingplatz hat man ja auch immer die ein oder andere Möglichkeit noch. Oder die Sicherheit, dass da irgendwo ein Blitzableiter ist, was irgendwie quasi organisatorisch schon gelöst ist. Alternativ, wie gesagt, entweder zusammenkauern. Schön zusammen, dass man auch möglichst nicht viel Platz auf dem Boden wegnimmt. Oder geht einfach ins Auto. Beim Wohnwagen ist es jetzt wieder so eine Sache. Da habe ich schon viele verschiedene Varianten gelesen. Die einen sagen, der Wohnwagen ist sicherer wie das Zelt. Die anderen sagen, der Wohnwagen ist wie ein Backofen. Viel schlimmer wie ein Zelt, weil es da eher einschlägt als im Wohnwagen, äh, als im Zelt. Ähm, da wäre auch das Auto die sicherere Variante. Ich weiß es nicht. Ich bin da kein, kein Experte. Ich habe da keine Ahnung. Ich vertraue einfach auf meinen Wohnwagen. Was ich weiß ist, das, äh, habe ich recherchiert gehabt, wenn es einen schlägt, geht der Blitz ziemlich an der Oberfläche lang. Somit, ähm, soll man sich wenn dann im Boden, äh, eher auf dem Boden aufhalten und halt nicht stehen, möglichst liegen, ähm, damit da halt nichts passieren kann. Inwiefern das stimmt, weiß ich aber auch nicht. Das ist nur das, was ich aus meiner Recherche halt rausbekommen konnte. Aber wenn auch da Experten unter euch sind, schreibt es gerne in die Kommentare, damit wir da einen Austausch haben. Aber wie gesagt, wer auf 100% Sicherheit gehen will, dann geht bei Gewitter ins Auto. Dann gibt es noch einen Tipp von mir, den ich persönlich total toll finde und der eigentlich belanglos ist. Oder belanglos ist er nicht. Er ist einfach, simpel ist er. Und zwar, wenn das Kind auf dem Campingplatz unterwegs ist. Ich mache es immer so, ähm, ich habe, schaue den Campingplatz an, wie ist er, stecke dann in Radios ab, den ich mit meiner Tochter bespreche, wo sie hin darf und wo nicht. Und wir nehmen ein Walkie-Talkie. Sie hat eins, ich habe eins, sie darf losziehen, sie ist frei, sie hat Freunde, sie kann auf den Spielplatz, wenn ich den einsehen kann, im Rahmen der Möglichkeiten. Und, oder, ähm, auch auf diesen Wegen spielen oder irgendwie, oder auch bei einem Mädchen oder einem Kind woanders. Wichtig ist, sie hat ja Walkie-Talkie dabei, ich habe meins dabei, wir machen uns vorneweg aus, wann, wo, wie lange, mit wem. Und über das Walkie-Talkie wird immer Kontakt gehalten. Das kann ich deutlich empfehlen, weil gerade bei kleinen Kindern, ich, ich sage mal so, ich bin auf dem Campingplatz im Urlaub quasi groß geworden und mir ist nichts passiert, aber das waren auch andere Zeiten wie heute. Und ich bin da auch ängstlicher, als es wahrscheinlich meine Eltern damals waren, weil es damals einfach nicht notwendig war. Ich empfinde aber trotz allem einen Campingplatz noch sicherer als eine große Hotelanlage, zum Beispiel. Also von daher vertraue ich da meiner Tochter schon, wenn ich sie mit einem Walkie-Talkie und einem Fahrrad losziehen lasse, dass sie einmal den Campingplatz umrundet, also, oder einmal mit ein paar Wohnwagen fährt und wieder zurückkommt oder irgendwas in diese Richtung macht. Aber egal, wie ihr das gestalten wollt, ich kann euch nur empfehlen, nehmt ein Walkie-Talkie. Wir haben da das von, ich glaube, Motorola ist es, ich würde da auch gar keine Werbung für machen, aber ich glaube, da kann man halt auch verschiedene Funk-Sender sozusagen einstellen und kann mehrere damit quasi koppeln. Also die sind immer im Zweierpark, soweit ich weiß. Und wenn man dann halt vier hat, Mama, Papa, zwei Kinder zum Beispiel, kann man sich dann schön miteinander unterhalten. Also von daher kann ich euch ein Walkie-Talkie wärmstens empfehlen. Wenn ihr noch weitere Tipps wollt zum Camping, dann schaut gerne mal hier nach, da habe ich all unsere Camping-Videos gesammelt, da schaut mal rein. Ansonsten verlinke ich euch hier noch ein Video, was euch interessieren könnte und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss!